Ja, jetzt wird's lustig. Da hat ordentlich Bohnensuppe Abend gegeben, alle haben sich gut vollgestopft und ich darf drunter leiden. Äh. Ich freue mich an Ast ab. Äh, ja, der sitzt da richtig stylisch auf seinem Hockerchen. Ich finde Hintergrundgrafiken immer teilweise richtig genial. Meine Hohen, na, da liegen ein paar Leichen rum, überall Hightech, Elektronik, stört ja keinen, dass man in einer Krypta ist und da hockt einer rum und schillt sich einen ab. Finde ich echt schillig. Ui. Und ich merke gerade, ich hatte da oben einen leben lassen. Ah, stimmt, jetzt ist ja wieder die Stelle gekommen, wo die Dinger auch abbrechen können. Uh, das wird lustig. Ja, die Dinger können auch mal ordentlich abbrechen. Sollten sie zwar nicht, tun sie aber. Einfach so. Hm, spricht für gute Qualität im Bau. So, gucken wir mal. Da oben haben wir einen. Den will ich auf jeden Fall noch haben. Darunter geht es allerdings auch noch weiter. Nee, komm. Wenn schon, denn schon. Wobei, ich habe eigentlich schon die Mission gemacht. Ich müsste eigentlich gar nicht. Nee, wisst ihr was? Lassen wir ihn einfach mal sein wertloses Leben weiterführen. Ich bin heute gnädig. Hm, hm, hm. Andererseits. So, was haben wir denn dann noch? Ah, und dann kommt wieder der Wunderfizzi mir durch. Lalalala. Ha. Okay, Alternativweg. Machen wir uns jetzt einfach. Why not? Why Notch? Ja, ja, Notch, Notch. Ich freue mich ja schon aufs nächste Update von Minecraft. Wenn man so von Notch redet. Ah, ich glaube am Mittwoch ist es wieder so weit, dass die 1.5 rauskommt. Oh, ich freue mich schon auf die Marmor-Serie. Marmor-Kinder, Marmor. Hm. Dekoscheiß. Äh, was? Schöne, äh, abgefuckte Musik. Was? Werde ich verfolgt? Aber warum denn? Hat doch gar nichts verbrochen. Ups. Ich sollte natürlich auch so hängen, dass ich das Symbol dazu habe. Hm. Na, 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 na. Hi. Ich mag mein neues Update. Ganz ernsthaft? Ich mag es. Uhuhu. Das Ding bockt. Aber nicht übel. Ähm, was gab's denn hier noch alles? Achso, da käme ich jetzt dann... Ich wäre fast wieder reingelatscht. Moment, also hier gibt's... Äh, Rädchen. Ja. Bräuchte ich jetzt nicht mal. Nö, ich hab was ich will. Na, 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 na. Heißgauke-Farmeschönung. Gut, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mit der Ausrüstung, die ich jetzt schon in uns habe. Also von dem her... Oh? Ähm. So. Machen wir es uns einfach mal ganz bitte. Okay. La, 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 la. Und habe ich schon la, 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 la erwähnt? Nicht? Dann eben nicht. Hm. Mal ganz kurz nachgucken. Ähm. Ähm. Guck nicht. Warte mal ganz kurz. Und schon zum dritten Mal. Schon wieder genervel. Eieiei. Ich liebe es, wenn die gesamte Sippe meint, sie müssten großes Break-In-Farm schalten. Sprich, sie müssten reinkwasseln wie die Geschlappen. Hm. Jetzt müssen wir mal ganz kurz nachgucken. Ähm. Ne, 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 ne. Stimmt, den wollte ich sogar. Da war ja was. Ich will das Ding ja. So, wie will ich es denn? Ähm. Jo, äh. Hm. Könnten wir es ja ganz einfach probieren. Äh, ich bin zu klein. Manno. Ah. Viel zu klein. Ja, jetzt bin ich aber sauer und hopps in der Gegend rum. Ach je. Wir können auch mal ganz einfach das hier machen. Wenn ich es nicht verscheißen würde. Hm. Das war jetzt mal wieder eine königliche Demonstration. Nicht. Und zwar, und zwar, normalerweise müsste ich sogar ohne Cape da drankommen. Warte. Warte. Warte denn das nochmal. Gib mir mal eine Sekunde. Ich versuche mich gerade wieder daran zu erinnern, wie ich das beim ersten Mal gemacht hatte. Stimmt, ich hatte mich fallen lassen und dann... Ja, schade. Zu spät die Taste gedrückt. Das Ding ist eigentlich ein bisschen tricky. Dann müsst ihr in die Wurfdinge reingehen, wo ihr dann eben ein bisschen Zubokus habt. Und den Enderhaken auslösen. So rum war das. Seht ihr mal, selbst beim zweiten Mal fördert es eure grauen Hirnzellen. Ich bin allerdings gerade nicht so doof, die Deckenhaken zu erwischen. So. Eieieieiei. So, den hätte ich gerne. Danke. Na, da, da. Flop. Technologie. Eine schöne Sache. Oh, mit euch werde ich jetzt sowas von Spaß haben. Ups. Da waren irgendwie nicht mehr alle in dem Ding drin, wie ich es gewollt hatte. So, einmal auswählen. Schauen, dass man es vom Timing her so gedeichselt kriegt, dass sie alle auf einem Haufen stehen werden. So. Ja, das sollte ausreichend sein. So, haben wir es dann. Yep, wunderbar. Mensch, ich mag das Update. Das gefällt mir echt gut. So, nur schade, dass ich keine Rauchbombe mehr habe. Schade, schade drum. Ich bin awesome. Ne, nicht wirklich. Haha, die Frau ist ein Brüller. Oh ja. Hm, echt so viel Zeug? Ja gut, mir werden ja noch Sachen angerechnet, die ich ja schon vom letzten Mal her hatte. Geht eigentlich. Ja, doch. So, Leute. Allerdings, da ich heute eh keine Ruhe mehr in dem Laden finde und nicht mehr anständig aufnehmen kann, hoffe ich jetzt mal, dass ich morgen noch mal ein bisschen Ruhe habe. Dann kann ich mal wenigstens noch ein bisschen weiterzocken. Falls nicht, gibt es halt nur so viel, wie ich jetzt gerade aufgenommen habe. Einfach mal abwarten. Weil Rendern und so wird jetzt auch noch Zeit fressen. Ja. Also, in dem Sinne, bye bye. podcasts mit dir. Wenn ich jetzt noch mal,"